Bevor dieses Video jetzt startet, ich kreise euch jetzt mal meine zurzeitige Abonnentenzahl ein. Gestern hatte ich noch 265 Abonnenten und heute stehe ich bei 301. Bug oder real? Hat YouTube mal wieder einer seiner Bugs? Früher gab es ja diesen 301 Aufrufe-Bug, der nach einem Tag erst aktualisiert worden ist und jetzt stehe ich ebenfalls bei 301 Abonnenten. Bug oder real? Hatte dir so etwas auch? Schreibt es doch mal in die Kommentare. Aber jetzt viel Spaß beim Video. Hallo Leute und herzlich willkommen zum Rückblick vom November 2016. Ich habe mit dem Uploadplan angefangen. Genau. Es kamen leider nicht so viele Videos, da ich mit dem Uploadplan erst spät in diesem Monat begann. Dennoch kamen neun Videos. Ein Infovideo, zweimal Pokémon Bloody Platin, Super Mario Bros, Donkey Kong Country Returns, Pokémon Go und Pokémon Schwarz 2. Leider musste Pokémon Schwarz 2 abgebrochen werden. Schaut doch dazu bitte mal dieses Infovideo zum Uploadplan an. In diesem Monat wird es genau so weitergehen. Ähm, zu dem Thema 301 Abonnenten. Unglaublich. Wenn es real ist, dann muss es abnormal sein. Wenn es ein Bug war, dann ist es schade. Ich werde deshalb auch mal mit dem 300 Abonnenten Special noch warten, bis ich so rund 220 Abonnenten, äh 320 Abonnenten habe. Denn falls YouTube irgendwann diesen Bug beheben wird und ich dann nur noch 290 Abos habe, dass das 300 Abonnenten Special dann noch nicht bestehen bleibt. Genau. Also, wenn ihr das Abonnenten Special schneller haben wollt, dann abonniert mich. Circa 19 bis 20 Abonnenten werde ich noch abwarten. Und ich würde sagen, dann sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.